Wir hatten Pokémon, wir hatten einen Yu-Gi-Oh Starter, wir hatten Flash and Blood Booster, wir hatten ich glaube sonst nichts als auf einem MTG-Channel, als April-Sherz, es tut mir leid, und dann dementsprechend geht die Party weiter, ich habe so ein OTS-Pack in die Hand bekommen, und ja, gucken wir uns mal das OTS-Pack an, ich habe keine Ahnung was ein OTS-Pack beinhaltet, ich weiß, dass die Yu-Gi-Leute bei uns im Laden ganz heiß darauf sind, und dass man die bei Turnieren gewinnen kann, und vielleicht, ganz vielleicht, habe ich die deshalb noch, naja, wir haben ein Official-Tournament-Store-Tournament-Pack 14, ich habe keine Ahnung, 14, ich weiß nicht wie viele es gibt, wahrscheinlich 14, nicht zum Verkauf, ich habe es nicht gekauft, ich habe es ertauscht, deutsche Ausgabe, drei Karten pro Booster, sind nur drei Karten drin? Okay, gucken wir uns das Ganze mal an, ich habe keine Ahnung von OTS-Packen, so, gucken wir uns mal an, was wir haben, wir haben, ach du Scheiße, WTF, ähm, ja, was, Rangsteigerungs-Zauber-Start für die Phantom-Ritter, ja, ja, hier, dann haben wir das Vieh herbeirufen, auch irgendwie eine Zauberkarte, das kenne ich sogar, das ist nicht neu, das kenne ich, und wir haben einen, oh mein Gott, was bist du denn? Nibiru, das Urwesen, was ist denn mit deinem Rand los? Das ist ein ganz komischer Rand, WTF, oh mein Gott, die ist durchgestanzt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, kriege ich das rein, seht ihr das? Das wurde nämlich erzählt, dass man auf der Rückseite erkennen kann, ob das eine gute Karte ist, wenn die durchgestanzt ist, das ist anscheinend eine gute Karte, das heißt, das ist eine gute Karte, was macht diese gute Karte? Eine 3600, okay, und während deiner Mainphase, falls dein Gegner in diesem Spielzug, ne, was, während der Mainphase, okay, falls dein Gegner in diesem Spielzug fünf oder mehr Monster als normal und spezial beschworen hat, Schnelleffekt, was ist ein Schnelleffekt? Du kannst so viele offene Monster von deinem Spielfeld an Tribut anbieten, wie möglich auf dem Spielfeld, okay, falls du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand, dann beschwöre einen Urwesen, Spielmarke, Fels, Licht, Spezial, was, Stufe 11, was, ich, was, ich, ich verstehe es nicht, ähm, ja, so viel dazu, ich, äh, werde mich mal informieren, ob die Karte gut ist, aber, ja, mal gucken, ich habe keine Ahnung, äh, dementsprechend, Entschuldigung für die ganzen Gespammerei, für das Ganze, naja, sagen wir, unlustige Getue für den 1. April, ich hoffe, ihr habt trotzdem einen schönen 1. April, und als Entschädigung schicke ich euch Gameplay hoch, ich denke, Gameplay ist auf meinem Channel gern gesehen, und, äh, deshalb werde ich noch ein Gameplay hochladen, denke ich, heute, als Entschädigung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, neue Blacks8, ciao, ciao.